Hit Radio FFH präsentiert Die wilde Welt der Alltagstiere Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython73 und Echse eure Tierfluencer Heyo Leute! Was geht? Heute möchten wir euch mal einen Grießkram vorstellen, der viele Menschen einfach nur nervt. Wir meinen den Kritiker. Grittiger Keine Ahnung, was sich die Natur bei diesem Viech gedacht hat. Aber es ist extrem angriffslustig und fährt seine Krallen bei jeder sich bietenden Gelegenheit aus. Außerdem ist der Grittiger gefürchtet für seine scharfe Zunge und seine spitze Feder. So richtig zur Plage wird er beim meisten nur für Menschen aus Kunst, Kultur und Sport. Aber auch in Restaurants sind Grittiger gerne auf der Suche nach einem gefundenen Fressen. Oh ja, ein Grittiger nimmt seine Beute regelrecht auseinander und lässt kaum ein gutes Haar an ihr. Wie schrecklich! Aber jetzt mal Real Talk! Es gibt auch Grittiger, die können einem sogar weiterhelfen und lassen einen am Leben. Am gefährlichsten wäre der Grittiger übrigens für Tierchen, die wir alle kennen. Ihr habt sicher schon mal was über sie gehört. Es sind die Prominenten! Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube. See you! Und denkt dran, reinschauen, rentiert sich! Hitradio FFH. Tierisch gut. Tierisch gut. Tierisch gut,